Der Arbeitsplatz der Zukunft, so sieht er aus. Die Telekom Lichtenstein präsentierte eine Kommunikations-Komplettlösung, die genau so auf der Welt noch einzigartig ist. Man braucht eigentlich nur einen Computer mit Kameramikrofon und Internetanschluss und schon kann man telefonieren, Sitzungen planen oder schauen, ob gerade jemand an seinem PC sitzt. Also was wir unseren Kunden anbieten können, ist, dass wenn der Herr Müller in Tokio am Flughafen sitzt und sein Laptop auf dem Schoß hat, dass er mit dem Herr Meier, der in Lichtenstein sitzt, kann das gleiche Dokument bearbeiten, prüfen und freigeben, dass die das nachher dann gemeinsam fortschicken können in jedem Kunden auf der Welt. Bei der Pressekonferenz am 5. April führte die Telekom das neue Produkt auch gleich vor. Ein junger Mann, der irgendwo auf der Welt am Computer sitzt, war plötzlich mittendrin und bekam auch die gespielte Geschäftssitzung ganz direkt mit, dank einer Art Big Brother mitten auf dem Tisch. Wer gerade redet, erscheint in einem Feld auf dem Bildschirm. Also wenn ich jetzt mit ihm ein bisschen zu reden, bin ich auf dem Bild. Hallo Björn, grüß dich. Sehr spannend, ja, wir haben jetzt versteckt. So, und jetzt sehen wir den Herrn Menegin. Kann er natürlich auch noch gross machen. Also wenn wir ihn grossformatig möchten sehen, dann sieht das so aus und man kann mit ihm ganz normal face-to-face reden. Das Problem bei jeder Technologie, ob Messer, Schreibmaschine oder Auto, es kommt darauf an, was eine Firma damit macht. Wohltuend zu spüren, dass dies auch der Telekom bewusst ist. Man kann Meetings oder Sitzungen machen, ortsunabhängig, ohne dass alle Mitarbeitende direkt an der Zentrale vor Ort fahren und miteinander face-to-face diskutieren, sondern es kann drei Mitarbeiter im Schwimmbad sein, der andere daheim sein, der andere im Office und man kann trotzdem eine sehr positive Live-Kommunikation pflegen. Auf der anderen Seite ist es natürlich für jede Unternehmenskultur auch sehr wichtig, dass man sich wirklich im richtigen Leben auch wieder trifft, gemeinsam auch wieder einen Kaffee trinkt, in der Cafeteria, sich auf zwischenmenschlicher Ebene austauschen kann und es kann natürlich die ganze Technik nicht substituieren. Es ist wichtig, dass die Mitarbeitenden physisch miteinander in Kontakt treten und reden können und nicht nur über technische Hilfsmittel.